Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video über die Seminarreihe Erfolg durch Empathie. Ein businessorientiertes Weiterbildungsprogramm, Schulung in Kommunikationskultur, in Wertekultur, Wertschätzung und Wertschöpfung auf Basis von wahrer Partnerschaftlichkeit, Ebenwürdigkeit, Teamgeist und wahren Leadership. Wir haben am Ende August, Anfang September, die erste Veranstaltung dieser Art und es sind drei Nachmittage pro Seminareinheit, an der wir sechs Stunden intensiv arbeiten werden, um herauszufinden, wie mehr Erfolg in unserem Arbeitsleben entstehen kann, der nicht ausschließlich auf Konkurrenz, auf Härte, auf Durchsetzungsvermögen, Strategien und Einzelentscheidungen basiert, sondern wir wollen uns mit Verständnis, Kommunikationsformen und Formen von Co-Kreation, also da, wo das Zusammenwirken eines Teams ganz bewusst als Weg gewählt wird, nicht für ein Projekt, sondern als eine Wirkform im Zusammenarbeiten, um das beste Maß an Leistung, Effizienz und Ergebnis, das in der Konstellation möglich ist, anzusteuern und einzubringen. Und ich freue mich auf alle, die Lust haben, dabei zu sein. Wir werden uns mit vielen Methoden aus der Psychology of Vision befassen, aus der Psychosynthese. Vielleicht gibt es auch ein bisschen Alexander-Technik dabei. Auf jeden Fall hat die Wirtschaft noch eine Menge an Integrität und Leadership, Möglichkeit für unsere Kultur zu leisten und für unsere Gesellschaft. Und am besten, wir fangen da bei uns an und gucken, wie können wir Beiträge leisten, das Gesamtfeld zu inspirieren und zu motivieren, indem wir selber in die Führung gehen und mit gutem Beispiel vorangehen. Also, kommt vorbei, erfolgt durch Empathie. Die Informationen findet ihr unter diesem Video. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.